Lars Bender Ball versprungen, aber Glück gehabt, dass sie Agirke entlässt. Lars Bender Gerard Säcke So, zum ersten Mal, wenn auch mit Glück, dass die deutsche Mannschaft gefährlich in den englischen Strafraum gekommen ist. Und da ging noch was gegen Italien, heute auch gegen England, Toni Kroos mit der Ecke. Und da ist Mertel Säcker und da ist Joe Haas, Nachschuss von Kruse. Und da ist das deutsche Team mit seiner ersten richtig dicken Chance, der Mertel Säcker. Und sein klasse Reflex von Haas, gleich zweimal, auch im zweiten Anlauf nach Kruse. Der kam von Westermann, auch nicht schlecht. Groß und Mertel Säcker, da ist es! In der 39. Minute, die ersten ernsthaften Versuche des deutschen Teams. Und der Mertel Säcker köpft Deutschland in Front. Sein viertes Länderspiel-Tor und trotz seiner unglaublichen Länge sein erstes Kopfball-Tor für Deutschland. Jetzt hat er es endlich, im 95. Länderspiel. Seine knapp zwei Meter sind in dem Fall unaufhaltsam für das englische Team. Klasse, wie er sich da durchsetzt. Haap eben noch großartig, hier chancenlos. Und wieder gut vorbereitet von Toni Kroos. Mit der Binde am Arm der Torschütze. Bravo, Pernel Säcker. Begebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebegebe